Hey ho, let's go, it's bookie time und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Runde. Ip op nop und du, hey, nicht schlafen, aufstehen, hey, hey, wer bist denn du da, hey, du, komisch das Ding, du. Mit der Nele, hallo, hallo Frau Nele. Hallo, können wir uns eigentlich gegenseitig wegschieben, so, äh, kannst du mich auch wegschieben? Das habe ich ja immer gemacht, ja, habe ich ja immer gemacht, ja. Ist da unten ein Dinglevel? Ich weiß nicht. Komm mal mit, komm mal mit, da ist, glaube ich, irgendwas. Das könnte interessant sein. Wow, ein Bonuslevel, weil wir das so gut können. Komm mal, ist, glaube ich, dieses Bonuslevel, was wir schon mal hatten. Och ne, bitte nicht. Tatsächlich. Hallo, alter Freund. Ach, ich verstehe, wir können das im Prinzip immer wieder, ähm, probieren, wenn man sich irgendwann in der Lage fühlt. Das heißt, man kann im Prinzip die, die Punktzahl erhöhen. Aber weißt du was, ich, 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 ich möchte das nicht. Ich will das auch nicht, ich will das ganz ehrlich, das, 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 ne, ne. Das war ganz schrecklich. So, komm. Was machst du? Nö. Nö. Nö, nö. 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 Oh, die Augen sind irgendwie mal ein bisschen süß mit dem schwarzen Bildschirm. Ja, ja. Und hier, Schimmel. Schimmel. Nimm deinen Schimmel und geh woanders hin. So, hier, wo ist man hin, ne? Ich verstehe, wir können hier auch im Prinzip die ganzen Level... Wört eh nicht besser. Nochmal, oh, Jan. Es wird nicht... Äh, nö. Hallo. Nö. Schmeiß dich gleich runter hier, komm. Ja, dann bleib doch drauf stehen. Ich kann ja nicht runterschmeißen. So, nee, doch, kannst du schon, geht. Echt, wie? Tja. Ja, toll. Nicht bewusst. Stell dich drauf, stell dich drauf. Hier so zum Beispiel, warte. Achso. Schiff. Ja, aber das ist ja nicht so runterschmeißen, das ist ja mehr so abstellen. Ja, ich spiel hier mal ein bisschen Fußball, das ist genehm. Ja, das ist... Da unten war aber irgendwas, da unten war aber. Ja, aber ich komm da allein nicht runter. Huch, oh, ist halt drauf jetzt. Ja, aber gemeinsam und so. Ja, wenn man es richtig macht. Ja, wenn du... Wenn du dich mal nicht... Ich bin weg. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich will nicht mit dir spielen. Nee, es geht schon wieder nicht. Spiel einfach mit dem Controller, geht einfacher. Ja, nee, der... Du musst mich nochmal werfen. Okay, ich komm aber hier dennoch nicht weiter hoch. Nee, geht wirklich nicht. Na gut, der nicht. Nee, Controller geht doch nicht. Der hat echt Probleme. Ich weiß... Was ist denn das hier? Komm her. Komm her. Irgend... Oh, wie cool. Oh, wie geil ist das denn? Kannst du da rein springen? Nee, das geht kaputt, wenn ich da... Ah, gar nicht. Nee, du musst aber... Ah, verdammt. Du musst dann aber rüberfliegen. Oh, komm, wir können beide rüberfliegen. Ja, cool. Nett. Warte, ich komm... Einer muss hier hoch. Und wohin der andere muss, weiß ich nicht. Und wo... Unten rein? Komm mal her, bitte schmeiß mich mal hoch. Bitte, bitte, bitte wo... Was? Bitte wo rein? Unmöglich. Ich komm hier gar nicht runter. Oha. Ah, hier, warte, mit dem Ding geht das bestimmt, oder? Ach, genau, das ist so eine große Blubberblase. Hm. Aber ich glaube, wir müssen uns da gegenseitig reinschmeißen, oder? Kann das sein? Weil ich... Dann komm. Komm auf mich. Hä? Äh. Aua, jetzt hast du den Ball kaputt gemacht. Ich komm nicht rein. Jetzt hast du kaputt gemacht. Gar nicht. Doch. Nein. Huch. Oh, bist du. Ah, und dann komm ich da unten, ähm, dran. Ja, aber wenn du, wenn du da rüberkommst, dann... Dann kommst du ja nicht mehr hoch. Ich weiß wie. Komm her, komm her. Okay. Das... Bring mich mal nach oben. Ah, das ist natürlich clever. Aber jetzt komm ich trotzdem nicht mehr da hoch. Tschüss. Verdammt. Ähm. Äh, ich weiß auch nicht, ich komm hier hoch nicht weiter. Ähm, nee, ich komm ja nicht mehr da hoch jetzt. Geh mal hier weiter. Das geht nicht. Tschüss. Tschau. Tschüss. Ähm. Ähm. Das ist ja doof jetzt. Huch. Oh. Huch. Huch. Ähm. Also einer muss ja oben lang und der andere... Hä? Ich kann nicht mehr springen. Ach, jetzt geht's wieder, okay. Ähm, sehr hart. Aua. Oh, komm ich... Nee, so komm ich da nicht. Nee. Wop, wop. Hä? Der will nicht... Hä? Irgendwie spinnt mein... Mein Joystick. Ja, spiel mal lieber mit Tastatur. Nee. Nicht? Oh. Das war so nicht geplant. Huch. Oh. Cool. Das ist auch ne Möglichkeit, oder? Das ist Cheaten. Und, und. Lauf, lauf, lauf. Ähm. Ja, spielte einfach ohne... Ja, kann ja schlafen. Ist ja egal. Ja, vielleicht ging das nur so, weil... Oh. Ähm. Ähm. Hey. Hallo. Man kommt allein nicht rein. Geht nicht. Ich fände so ein Double Jump cool, aber... Immer diese extra Wünsche, also. Ich will... Hallo. Nein. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Haha. Ich hab's geschafft. Ja, ich nicht. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ja, wie... Hä? Komm her. Stell dich auf mich drauf. Nein. Ja. Was denn jetzt? Eigentlich wollte ich, dass wir das gemeinsam machen, aber... Nee. Geht doch alleine. Ich will nicht gemeinsam irgendwas machen. Oh, wir brauchen die Teile hier. Ach so. Ich übersehe die Dinge. Ich hab's halt auf jetzt. Hallo. Du hast mich voll weggeschubst. Ich komm hier nicht mehr hoch. Hab ich gern... Hab ich gern gemacht. Ist mir klar. Oh. So. So. Das sieht voll cool aus, wenn die so fliegen. Ja. Nein. Nein. Die beide runter gucken. Ich glaube, du musst mich hier ein bisschen hochschleudern. Aber ich... Glaube... So ungefähr? Reicht das? Ach, da unten. Hier unten. Da. 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 Schau mal. Ja, das ist... Ja, das ist... Muss mich nur, nur, nur hochschleudern. Steig mal... Steig mal aufs Dach. Ja, gerne. Ja, das war... Schon, schon, schon mit Schmack, das ist, ne? Werde nicht springen. Und dann hier auf Rampolin. Scheiße. Nein. Lern fliegen. Hallo. Fast so böse wie im, 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 im... In dem Bonus-Level. Oh, ja. Ist doch nicht wahr. Ist doch einfach nicht wahr. Echt jetzt. Ich hasse das. Ich hasse das einfach. Ich würde sagen, lass uns tauschen. Aber das wird ein bisschen schwer. Ja. Komm. So, kannst du weiter? Gönn dir. Ja, ja, ja. Oh. Oh Gott. Gönn dir? Ne, du dir. Ne, ich meine Gegner gönn dir. So, jetzt musst du da hochkommen. Nein. Oh Gott. War alles geplant. War überhaupt kein knappes Ding oder so. Kommst du da alleine rein? Ja, da komme ich alleine rein. Du musst nur springen. So, du jetzt. So. Das war alles geplant vorher. Das ist perfekt. Wir müssen beide, glaube ich, hier unten hin, oder? Oh. Äh, ich hab verkackt. Tja. Das ist ja jetzt nicht so. Ich hab verkackt. Nein, ich hätte... Nee, ich hätte es doch bestimmt geschafft darüber, oder? Von hier aus. Aber wir müssen erst mal den hier machen. Komm her. Ja, dann. Lauf. Ja. Nur drauf springen. Ähm. Oh, da unten ist ein... Oh mein Gott. Ach, ich komm nicht ran. Ja, dort ist das egal. Du würdest dir eh nicht rüberkommen. Oh. Ja, du kannst jetzt aber reingehen, ne? Mhm. Nein! Wie doof. Doch. Ähm. Ich weiß, wie man da unten drankommt. So nicht. Na? Oha. Ähm. Gleich. Ja, ja, ich guck dir zu. Ich brauch dich mal hier drüben. Also, bleib da oben. Jetzt bin ich wieder gut genug hier. Genau. Nein. Nee, bist du nicht. So, irgendwie, irgendwie... Ich glaub, wir können's zusammen schaffen. Oh. Steigen wir mal das Dach hoch. Ja. Und einfach drauf stehen bleiben dann. Okay. Ich hoff, das... Oh, okay, das funktioniert nicht. Herr, aber... Warte mal kurz. Flieg mal mit mir mit. Genau. Ja, das klappt hervorragend. Schon zu mir. Warte, ich hab... Oder so. Ja. Hättest auch auf mich drausspringen können. Nee, wollte ich nicht. Warte, bevor du da runterspringst. Sorry, sorry, sorry. Scheiße. Das war nicht so clever. Nee. Tut mir leid. So. Nö. Was? Okay. Was das hier bringt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Geht auch ohne eigentlich. Schmeiß mich mal runter. Fall doch einfach. Ja, genau. Ich komm hier trotzdem nicht runter. Das ist blöd, ne? Ich weiß aber, wie es gehen soll. Ja. Ja. So nicht, glaub ich. Ja, ich muss halt hier entlang fliegen und dann komm ich da rein und kann dir helfen. Ja. Leuchtet ein. Leuchtet irgendwie ein. Hi. Hi. So. Hörst du wieder? Genau. Zurückfliegen musst. Ja. Schubst mich nicht. Nee. Verkackst nicht. Ja. Hm. Du sagst grad verkackst nicht. Hallo? Ey. Das ist ja unmöglich. Äh. Los. Aua. Hörst mich. Hallo? Hallo? Nein. So. Na, kacke. Ah, schön. Ja, super. Wenn man mal irgendwie rechts in die Ecke rüberkommt. Ja. Aber ich hab den, 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 den Dreh hab ich noch nicht so ganz draus. Oh. Ich auch nicht. Ich hab's geschafft, ich bin drüben. Da war die Luft weg. Da war die Luft zu ändern. Nein. Oh. Ja. Genau so macht man das. Nein. Ah, schön. Schön. Nein. Oh, wie doof. Oh, wie doof war das denn? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und das war ja kacke. Steig mal, bleib mal auf hier oben drauf. Haha. Steil, äh, äh, äh. Das ist aber sehr nett von dir, ne? Ich find das auch super. Ich bin einfach nett. Haha. Wenn ich tot bin, dann ist das Geheule wieder groß, ne? Nee, hier ist... Ich merk schon. Das ist hier gar nicht groß. So. Nein! Das ist, glaub ich, Karma oder sowas. Und flieg dann gleich rechts rüber. Weinst du so? Also, also nicht so. Ja. Ja. Warte, bleib da. Ja, ich bleib hier stehen. Ich guck dir zu. Ja. Ich, ich will mal hier so'n bisschen... Verkacken. ...Plubberblasen-Action machen. Mhm. Warum geht das so? Ja, weil du zu klein bist. Das ist falsch. Du bist zu klein, du bist zu klein dafür. Ah, schade. Oh Mann, das ist unfair. Und du bist zu groß dafür. Ja. So, einer muss jetzt halt hier hoch. Ich hab gesagt, man kann rüberfliegen. Also, du zu mir kommst. Achso, zu dir. Ah, stimmt. Du zu mir. Ja, du bist ja hier. Also, steigen wir aufs Dach. Dann warte. Mhm. Oh, scheiße. So, dann... Let's do it. Ja. Verdammt. Nein! Nein! Wie, Punkte! Sag doch jemand, dass ich da hingehen muss, Mensch. Sorry. Sorry, hä? Warum sorry? Nix. Achso, ich komm hier, glaube ich, alleine nicht durch, oder? Da muss ich ja drüber springen. Ja, drüber und drunter. Drüber, nicht rein! Scheiße. Ey, hä? Hä? Ich sag doch drüber und nicht rein. Achso, ja. Vielleicht hätte ich auch einfach den richtigen Moment warten müssen. Ja, du kommst aber trotzdem. Ja, komm. Ja, dann komm. Oh Gott. Gott, was war knapp. Das war gerade knapp. Äh... So, gönn dir. Ja, ja. Gut. Ähm... Und hoch. Äh, runter. In der Fall. Ähm... Oh nein! Das wäre eigentlich egal. Eben. Ähm... Ja, ich glaube... Haben wir es schon geschafft? Ich glaube nicht. Ich sehe hier nämlich ganz viele Blasen. Oh! Ich fall einfach mit. Oh mein Gott. Ne, ich fall gar nicht mit. Äh, ich bin mal schon oben, ne? Ich sehe mich nicht mehr. Ich glaube, wir müssen uns zusammen machen, kann das sein? Nö. Ne? Ja, aber ich komme nicht mit runter. Komm hier hoch. Aber einer muss auf die andere Seite, glaube ich. Oder? Sonst kriegt man diesen großen Fett nicht kaputt. Guck mal, wenn ich hier stehen bleibe, dann sieht das aus, als wäre ich einer von denen. Du Außenseiter. Ne, du nicht Außenseiter. Nein! Das geht nicht. Hier drüben ist es einfacher hier. Ja, dann gehen wir hier hin. Easy going. Kann ich bitte hier einfach runterfallen? Nö. Nö. Nö, kannst du nicht. Nö. Nö, geht einfach nicht. Schade. Echt schade. Komm. Ja, es geht nicht. Guck mal, siehst du hier den pinken Punkt? Das bin ich. Steig mir mal aufs Dach. Ja. Also andersrum. So, jetzt. Verdammt. Mein Eierkopf. Scheiß Blubappläfrieren. So, Moment. Das ist einfach. Einfach hier. Ja, ja, einfach. Einfach hier und hoch. Ja. Warte. So, jetzt. Ja, Mann. Ich habe es schon hundertmal geschafft. Ja, und ich noch nicht einmal. Das ist Mobbing. Äh. Das ist easy. Weil du mir immer die Blasen wegnimmst. Ich stehe hier oben. Ich blau dir keine Blasen. Ja, jetzt sehe ich mich nicht mehr. Und ich bin pink. Ach so. Ja. Du siehst genau das gleiche wie ich. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Ach so. Ach so, ja. Natürlich. Ich habe gedacht, du hast dein eigenes Bild. Nee. Habe ich nicht. Ich sehe immer dich. Weißt du, wie du da runterfliegst? Aber. Lach nicht. Nein, eben nicht. Komm, auf geht's. Komm hoch. Ich. So eine Kacke, echt jetzt. Die wird dir nur gemopft. Merkt ihr das? Jetzt rechts darüber. Genau. Ja, und jetzt bringt es dir aber nichts mehr, oder? Ich komme hier hoch. Warte. Moment. Wo war der? Also ich mache die Blasen kaputt. Scheiße. Okay, ich komme hier nicht hoch. Höchstenswirkung gleichzeitig. Jetzt weißt du aber, wie es geht. Ja, das klappt wahrscheinlich einmal. So, drei, zwei, eins und los. Gut. Ja! Nein! Warum? Die Seite hier drüben ist aber echt verdammt schwer. Na, deswegen darfst du die auch machen. Nee, ich komme hier nicht weiter. Sobald ich auf die eine... Warte, bleib mal hier unten einfach stehen. Sobald ich die eine kleine Blase hier passiere... Vielleicht kannst du rüber wechseln? Ah, jetzt geht's. Ja, super. Ja. Also, let's do it, komm. Gib dir gleich mal let's do it. Geh du auf die Seite und... Drei, zwei, eins, los! Ja! Nein! Ich hab dich verloren! Warum? Drei, zwei, eins, los! Yeah! Oh mein Gott, und jetzt rett der Nächste dort ins Ding rein. Du, du, du... Nein! Geh mal, geh mal, geh mal, genau, genau. Spring! Oh Gott. So, jetzt gönnt ihr die ganz vielen Punkte. Gönnt ihr! Also, dann nicht gleich reinspringen. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Hatten wir das schon mal. Das hatten wir schon mal. Das wäre an dieser Stelle echt nicht lustig. Nee, das wäre... Überhaupt nicht. Yeah! Oh yeah, let's dance it! Und? Oh, wir sind gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Wow. Habe ich mir schlimmer vorgestellt? Oh mein Gott. Und wir haben 20 Minuten voll, oder? Ja, haben wir. Voll gut. Oh mein Gott, okay. Wow. Ja. Oh mein Gott. Wie süß wir tanzen. Ja. Wobei wir springen, die anderen tanzen. Ja, aber das ist unser cooler Tanz. Der ist special. Nö. Ja, okay, dann halt nicht. Ich werde hier nur unterdrückt. Merkt ihr das? Schlimm. Ja. Ich schimmel dich an. Lecker. Du bist wahrscheinlich nur so ein Schimmelpilz, weißt du? Und bist schon so krass geschimmelt, dass du schon lebst. Deswegen kannst du überhaupt existieren. Weißt du, warum du länger bist wie ich? Hä? Warum? Ich sag's jetzt lieber nicht. Das wäre, glaube ich, nicht jugendfrei. Das ist so egal. Nein, ich denke nicht das. Lass es raus. Nein, das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Ich kann nicht sagen, das ist wie ein benutzer Tampon, aber das geht nicht. Das geht nicht. So was kann man nicht im Internet sagen. Das geht nicht. Wenn ich jetzt sage, dass ich diesen Gedanken auch schon hatte, ist das dann schlecht. Ich glaube, ja. Du hast es niemals laut gesagt. Ja, ich hab's mir immer gedacht. Und vor allen Dingen dieses Rote. Ja. Hui. So. Ja. Ja, belassen wir das dabei. Lassen wir es. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, wir haben's geschafft. Ja. Wow. Gar nicht mal so schlecht. Nee, nee. Wobei 30. Nur 30. Okay. Könnte schlimmer sein. Ja. Sagen wir es mal so. Für unsere Verhältnisse ist es gut. Ja, das ist super. Hatten wir bei Can't Drive das auch gesagt, aber. Ja, okay. Da sind wir auch gut. Für uns. Für unsere Verhältnisse. Ja. Man muss ja klein anfangen. Achso, dann werde ich so wie du. Für einen benutzten Tampon und irgendwann zu so einem komischen Ding hier. Ja, und bist denn so ein grüner, komischer Benutzter-Tampon? Nö, das ist was. Die Farbe wäscht sich raus. Achso, okay. Na dann. Steht deiner Zukunft ja nichts in den. Kennst du ja bestimmt auch von den Paprikas. Die ändern dir auch ihre Farbe. Mhm. Oder? Weiß ich nicht. Kennst du doch. Sag doch, glaube ich, die Gelme und die Roten. Die werden ja irgendwie dann orange und dann so irgendwie, glaube ich. Bei mir werden die irgendwann braun und gammelig. Aber ich weiß ja nicht, was du für Paprikas hast, aber... Nein, es gibt, ich glaube, Rot und Gelb. Die, die, die färbt sich da dann nochmal, wenn die ein bisschen älter werden. Also jetzt nicht so alt, dass sie braun wird. Wenn sie braun wird, dann ist das Kopf von meinem verloren. Ja, das dachte ich auch. Deswegen. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, Ende. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Bevor das hier noch ausartet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.